So, die Transferroute für die Verjährungskuren steht. Dann gucken wir mal ins Walbruckbecken, ob es da irgendwelche Neuigkeiten gibt für uns, ob wir da irgendwas errichten müssen. Mal schauen, Bankkonto zeigt ihre gesamten Finanzen an. Ja, das wäre nicht in echt, hätte man, 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 das wäre geil. Meine gesamten Finanzen, so, so, ja, ja. Nein, ich möchte nicht zoomen. Okay, hier können wir aber, glaube ich, aktuell doch, wir könnten eine Mission machen. Was haben wir denn hier? Die Prototypen sind bereit, aber besser nicht an die große Glocke hängen. Wäre nicht das erste Mal, dass so etwas verschwindet. Holen Sie die Fracht bei angestellten Schiffen ab, liefern Sie die Fracht zu kleiner Frachter. Überwacht, okay. Ja, machen wir doch einfach mal. Ähm, wo haben wir das Ding denn? Hier, zack. Ja, zeig es mir doch bitte mal auf der Map an. Das kann doch nicht beides hier unten sein. Bisch jetzt Blade. Kampfdrohne anbringen. Okay, das müssen wir hier oben machen. Überreste zerstören, aber hier. Holen Sie die, ach so, wir sollen die Fracht da unten abholen. Und dann, okay. Oh, verdammt. Na, komm her. So und so. So, hier müssen wir die Fracht abholen und wir müssen sie woanders hinbringen. Das hier ist nicht der kleine Frachter, zu dem wir es liefern müssen. Okay. Das kriegen wir hin. Ich könnte mal hier oben, das hier müssen wir zerstören mit der Drohne hier. Das könnte man dann auch gleich noch machen. So. Fracht wird aufgenommen. Und jetzt müssen wir es wohin liefern? Nach ganz da oben. Na, super geil. Okay. Na gut, dann fahr du mal. Und ich gucke mich in der Zwischenzeit ein bisschen um hier, ob es irgendwas Neues gibt. Hier, das ist doch das geile Ding hier. Sieht aus wie ein bisschen so wie ein Planetarium. Have a nice day. 24 Grad, 62 Prozent Luftfeuchte. Damit können wir leben. Das ist geil. So ein Infosender wünsche ich mir auch. Okay. So. Was haben wir hier noch? Können wir irgendwas pimpen? Ne, das haben wir ja alles auf Auto gestellt. Dass das alles von selbst passiert. Ja, den müssen wir dann wahrscheinlich auch noch zerstören. Das kriegen wir auch noch hin. Aber jetzt fahren wir erst mal da hoch. Dann machen wir das hier hinten. Dann machen wir den hier. Ei, ei, ei. So viel zu tun. Was ist da los? Krasse Nummer. So, da ist er. Und jetzt sind wir gleich hier oben. So. Wunderbärchen. Können wir gleich durchfahren hier. Abliefern. Und. Das war ja wirklich ein Kinderspiel für Sie. Erledigt. So. Ach komm, dann fahren wir gleich hier rüber. Ja, okay. Er fährt außen rum. Ich dachte, der nimmt jetzt den langen Weg. Aber er ist clever genug. Sehr schön. Und ich frage mich auch die ganze Zeit schon, wie kann ich die Dinger hier bauen und errichten. Also diese Brücken. Kriegen wir die später noch? Ich weiß es nicht. Können wir einsammeln. Baubaut kann man immer gebrauchen. Koordinaten bestätigt. Jetzt fahren wir hier rüber, bitte. Bitte, bitte, bitte. Mach das mal. So, ich gucke mal. Können wir hier irgendwo noch was sammeln, wenn wir schon so am Suchen sind? Sieht nicht so aus. Hier. Nö. Nope. Neb. Nada. Niente. Okay. Schaut nicht so aus. Vielleicht auf der Insel noch was. Nein. Okay. Okay. Jetzt sind wir hier oben. Sind wir gleich da. Dann nimmst du das Ding hier mal auf. Genau. Schön außenrum hier. Sind unterwegs. Und hier unten ist noch ein zerstörbares Objekt. Sie verschwenden keine Zeit. Das mag ich. Sehr schön. So. Willkommen. Ich habe einen Auftrag, falls Sie Interesse haben. Du hast einen Auftrag? Also, haben Sie das Projekt abgeschlossen? Äh, ja, ja. Projekt ist abgeschlossen. Bin ich mir sicher. Okay. Ich mache jetzt. Ich nehme jetzt erst mal das Ding hier. Nehme ich jetzt erst mal an. Wir haben unsere Waffensysteme bereit. Diese Leute suchen Streit. So, wir müssen die Kampfdrohne anbringen. Die ist dann vermutlich... Wo ist die denn? Hier. Okay. Dann mal schön daher fahren. Okay, jetzt nimmt er wieder den Weg. Das passt. Ist alles gut. Und hier unten haben wir einen neuen Auftrag. Iridium. Die Krieg führen. Ein paar Grafen. Okay. Gut. Während er da runterfährt, können wir ja mal ins Kinggate Protektoriat schauen. Vielleicht gibt es da was Neues. Natürlich. Ja, das werden wir sehen. Da kann ich ein Latschern. Hervorragend. Hier sieht es momentan ganz dünn aus. Wie kann ich hier weitermachen? Mehr Schnee. Achso, das ist gerade aktiviert. Machen wir mal Standardwetter zwischendurch wieder. Firmenstufe 12. Okay. Oh. Mehr Waren. Konserven-Nahrung-Mangel. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht sogar. Haben wir da nicht sogar. Ne, haben wir noch nicht. Okay. Dann müssen wir eine neue Transferroute machen. Was ist das? Arktis. Äh. Halt. Ne, Moment mal. Wir sind ja in der Arktis. Warnung. Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Das heißt, wir müssen hier die Produktion einfach nur ein bisschen ankurbeln. So ist das hier. Das ist die Fabrik. Die arbeitet auf 300% aber schon. Okay. Mehr kann ich nicht machen hier, schätze ich mal. Ich könnte einen Drohnenstock hinbasteln. Ah doch, hier können wir noch was heranmachen. Das war's aber. Der arbeitet jetzt auf 400. Okay. Ich glaube, ich baue mal eine zweite Fischereianlage. Fischerei-Dingsbums da. Was auch immer. Wie auch immer es jetzt hieß. Ich hab's vergessen. Werden wir gleich nochmal sehen. Ah, Fischerei. Da haben wir's. So, hier haben wir die Fischerei. Die braucht natürlich auch eine Straßenanbindung. Weil das ja klar ist. Alter Latz, das wird eine lange Straße. Okay. Hier. Nach da. So. Sind wir angeschlossen. Was hat er für einen Mangel? Ach so. Wir haben keine LKWs mehr. Okay. Also brauchen wir ein bisschen Logistik. Das mache ich hier oben direkt mit her. Sehr schön. Der produziert jetzt 10. Das heißt, wir haben hier 10. Was mal. Hier. Also 400%. Oben 100%. Macht 500%. Und das Ding hier verarbeitet 500%. Ist aber immer noch zu wenig. Okay. Dann gehen wir halt nochmal hier hoch. Packen hier mal so ein Ding noch mit dran. Dann brauchen wir eine Konservenfabrik. So. Jetzt sind wir wieder komplett ausgelastet. 100. Hier haben wir 200. Und da unten haben wir 400. Und 500. Genau. Jetzt sind wir bei 600. 600. Geht völlig auf. Sehr schön. Hervorragend. Das ist gut. So. Jetzt haben wir hier neue Missionen. Normalerweise beteiligen wir uns nicht an Kooperationen. 55 Stimulantien. Aha. Das wird uns von Nutzen sein. Haben wir 55 Stimulantien? Äh. Weiß ich nicht. Okay. Wo ist unser Schiff? Hier ist unser Schiff. Schauen wir mal. Nehmen wir einfach. Und wo sollen wir es hinliefern? Zu Emu Barabingsbums. Hier unten. Das können wir auch mal noch machen. Und. Abgeliefert. Oh ja. Kisten sammeln. Also gut. Sammeln wir halt mal Kisten. Wo ist sie? Ah. Hier ist sie. Na geil. Schön verteilt. Wie es mir dachte. Okay. Das heißt wir müssen jetzt einmal hier runter. Die Kiste aufsammeln. Ich weiß. Hm. Das muss ich mir noch genau überlegen. Jetzt gehen wir erstmal Kisten sammeln. Da kommt er schon. Hervorragend. Und dann hier oben irgendwo noch. Hier ist eine. Und hier drüben muss dann auch noch eine sein. Hier. Wie rum fährt er denn? Ah ja okay. Er fährt die Richtung. Dann sollte das schon passen. Kann doch hier bestimmt auch irgendwo ein Zeitraffer rein machen. Oder? Geschwindigkeit ein bisschen. Erhöhen. Minimap. Ne. Da haben wir die automatische Beförderung. Die hilft uns gerade nicht. Kann ich Geschwindigkeit irgendwo erhöhen? Ich weiß es gar nicht. Ha. Egal. Egal. Da ziehen wir in Echtzeit doch hier. So viel Zeit muss sein. Habe ich nicht umgestellt hier auf normales Wetter? Jetzt hört es auf. Okay. So. Das Schiffchen hat schon fast die ganze Strecke geschafft. Aber halt nur fast. Äh. Was haben wir hier unten noch für eine Mission? Ich bin heute im Homeoffice und ich habe einen Job für Sie. Ein unbekanntes Objekt einsammeln. Das machen wir. Da kriegen wir richtig fett Kohle für. Das ist geil. Aber erst mal das hier aufnehmen. Und jetzt haben wir hier irgendwo war nochmal eins. Ist schon zu weit glaube ich. Ach komm schon. Sammeln sie Kisten. Hier haben wir es ja. Ist ja zumindest schon mal vernünftig, dass sie angezeigt werden. Weil wenn du hier stundenlang nur Kisten suchst, da wirst du ja auch ganz schön blöd dann dabei. Das muss nicht sein. Nein, nein, nein. So. Gleich ist er da. Sehr gut. Und jetzt zur geheimnisvollen Frau bringen. Das heißt wir müssen wieder hier runter. Ich möchte noch mal ganz kurz gucken, was die andere Mission jetzt war. Wo ist denn die hin? Bionische Erweiterungen. Oh. Wir können hier. Können wir bionische Erweiterungen schon machen? Nee. Wir brauchen noch ein paar Wissenschaftler. Das heißt ich müsste mal noch ein paar Hütten bauen. Eventuell. So. Wo kann ich denn? Wo kann ich denn? Hier könnte ich. Da kann ich nicht mehr. Zählt das so als Straßenanbindung? Ich hoffe es. Jo. Dann reiße ich die beiden hier oben nochmal weg. Dann baue ich hier nochmal ein paar Häuschen her. So. Wie sieht es hier oben aus? Da kann man auch noch irgendwas her bauen. Hier. Hier und hier. Hier drüben nicht. Hier auch nicht. Hier aber noch. Okay. Neues Gebäude verfügbar. Ja, wo? Ich weiß. Oh ja. Das will ich auch schwer hoffen. Ähm. Wo ist denn jetzt diese eine Mission? Die wir dafür viel Geld angenommen haben. Wo wir die Drohne anbringen sollten. Und dann. Diese Idioten haben so eine schöne Werft. Und sie setzt nur Staub an. Das ist eine Schande. Unsere Baubots arbeiten. Äh. Jo. Kann ich die jetzt nicht mehr machen oder wat? Was ist denn da los? Hm. Das sieht schwer danach aus. Weil hier oben ist ja auch nicht mehr. Es sei denn sie wäre woanders. Das könnte natürlich. Also in einem anderen Gebiet. Das könnte natürlich auch sein. Schauen wir halt einfach spaßeshalber nochmal hier runter. Produktionsüberschuss von Logistik in Wallbruckbecken. Soll man bereithalten. Wie soll man das denn machen? Wenn wir ein bisschen LKWs bauen. Ich hätte da einen Job für dich. Aber da könnte es richtig zur Sache gehen. Hier kriegen wir Grafen. Produktionsüberschuss. Okay. Ja gut. Wenn wir hier. Produktionsüberschuss. Von Logistik. Okay. Ja. Dann machen wir halt noch ein bisschen Logistik hierher. Ist ja alles gar kein Problem. Plus 25. Output von Transferrouten bei 0. Äh ja. Gegenmaßnahmen empfohlen. Können wir irgendwo an ein Kraftwerk. Haben wir irgendwo noch ein Kraftwerk wo wir was dran machen können. Hier unten sind schon drei. Habe ich nur das eine Kraftwerk glaube ich hier. Okay das heißt wir brauchen ein zweites Kraftwerk. Nein hier drüben könnte noch eins sein. Mal ganz kurz. Hier haben wir schon drei dran. Ah Moment was. Ah das ist ja Wasserfilter. Hier können wir da noch. Ah da können wir noch. Geil. Sehr schön. Dann haben wir jetzt auf jeden Fall keine Energieknappheit mehr. Äh ich wollte jetzt mal noch logistischen Überschuss produzieren. Kann ich? Ach komm wir haben keine Biopolymere. Was ist denn da los? Wie kann das denn sein? Okay gehen wir mal hier rüber. Wo produzieren wir denn diese Biopolymere? Ich weiß es gerade gar nicht auswendig. Sonnenblumenfarm sieht so aus. Das heißt. Ich muss der mal dran docken. Das ist ein Windpark. Und das hier. Das sind die Dinger. Dann kriegt er auch noch eine Einheit dran. Und noch eine. Und noch eine. Und hier machen wir halt auch noch so ein Ding her. So. Dann machen wir jetzt 400%. Da sind wir bei 250%. Dann kriegt er ja auch noch so ein Ding dran. So. Jetzt haben wir wieder. Jetzt haben wir wieder. Jetzt kann ich auch wieder bauen. Und gleich noch einen. So. Ach komm schon. Brauchen wir noch einen. Einen noch kann ich gerade nicht machen. Müssen wir noch kurz warten. Bis wir wieder Biopolymere haben. Das sei denn. Und ich finde spontan eine Kiste. Okay. Wir haben es oben schon produziert. Dann setzen wir das Ding gleich mal hier her. Wie sieht es jetzt aus? 189. Ach komm schon. Versorgung mit Logistik. Jetzt machen wir Minus. Das ist schlecht. Dann reise ich hier nochmal zwei weg. Ist egal. Eieiei. Okay. Ich könnte mal vielleicht noch ein bisschen Bevölkerung rankarren. Hier auf der Insel haben wir noch gar nichts. Hier haben wir bis dato nur Industrie. So. Hier hätten wir 13 Biopolymere sofort gehabt. Egal. Jetzt haben wir sie. Was möchte der? Kein Geld. Mich ärgert es jetzt. Wo ist denn der eine Auftrag hin? Jetzt schauen wir mal nochmal auf den Mond. Auf den Iwamotokrater. Jaja. Außerdem können sie mit uns handeln, wenn wir hier sind. Uh. Was ist denn hier los? Minus 3000. Aber wenn ich die einstelle, na. Ach. Egal. Schauen wir mal dahin. Wird aktualisiert. Jaja. Aktualisier du mal dein Profil. Okay. Hier haben wir die Arbeitskraftüberschuss. Haben wir hier noch nicht erreicht. Das ist klar. Äh. Brauchen wir wahrscheinlich auch, um die Wartungsstation zu bauen. Da können wir noch was einsammeln. So. Aber insgesamt sieht es doch bis jetzt wirklich famos aus. Beschweren brauchen wir uns hier definitiv nicht. Wählen Sie Waren. Ne. Ich möchte gerade nichts kaufen. Habe ich alles noch? Willkommen. Benötigen Sie Informationen? Alles gut. Alles gut. Wie geht's? Upgraden können wir auch nichts. Was hat die noch im Angebot? Sayman International Module sammeln. Vertrau mir. Davon haben wir alle was. Aha. Okay. Das sollte man vielleicht, glaube ich, öfter machen. Ich weiß nicht, was das jetzt war. Aber ich glaube, es war gut. Ich kann es nicht sagen. Ist auch egal. Wir haben hier neue Optionen. Wir brauchen schon wieder mehr Nahrung. Was ist denn da los? Sauerstoffmangel. Okay. Ja. Darüber soll. Darum. Nicht darüber. Darum sollten wir uns definitiv mal kümmern. Aber für diese Folge mache ich auf jeden Fall jetzt mal Ende. Mache eine kleine Aufnahmepause. Und ja. Wir sehen uns wieder. Wenn es heißt. Anno 2205. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Servus. Viele Küsschen an euch. Bis zum nächsten Mal.